Ahoi, liebe Campingfreunde zu einem neuen Camper-Update auf unserem Kanal Kreuzfahrt Camper. Es ist das erste für 2024 und hat viele Themen und richtig los geht's nach dem Intro. In diesem Camper-Update haben wir insgesamt vier Themenblöcke und kann man so sagen, einmal natürlich nochmal die Mautbox in Österreich, da hat sich was geändert, da wollen wir kurz drauf eingehen. Dann ganz stark die CMT 2024, das wird definitiv das Thema werden. Wir haben einmal bei den Händlern nachgefragt, wie es so war das erste Wochenende. Wir gehen auf Innovation ein und Campfire der Ideen, also viel Informationsmaterial in diesem ersten Camper-Update im 01.2024. Und los geht's mit der Mautbox in Österreich, was bedeutet das denn schon wieder? Die Österreicher wollen uns ans Geld. So böse könnte man es fast ausdrücken, denn seit dem 1. Dezember 2023 hat sich etwas wegen der Mautberechnung geändert. Der ADAC hat das schon berichtet, in vielen Gruppen wurde das diskutiert. Wir wollen euch natürlich nochmal darüber informieren, was genau zu beachten ist. Denn was ändert sich im Endeffekt? Es gibt einmal, und tut mir leid, dass ich das ablesen muss, ich kriege es einfach nicht geschissen, gibt es die technisch zulässige Gesamtmasse und einmal das zulässige Gesamtgewicht. Das sind zwar völlig verschiedene Sachen, aber das eine ist dies, das andere ist das. Früher ging es nach dem zulässigen Gesamtgewicht, das hat man jetzt geändert. Jetzt geht es auf das technische zulässige Gesamtmasse, das wird jetzt angezogen. Und das bedeutet für euch, die ein Van haben, zum Beispiel ein Van der VW, wie heißt der? Grand California. 3,8 Tonnen kannst du ablassen auf 3,5 Tonnen, bedeutet aber, ihr müsst trotzdem die Mautbox setzen. Oder Heavy Chassé. Ist ja theoretisch 4 Tonnen möglich. Ihr habt abgelastet auf 3,5. Auch ihr müsst eine Mautbox machen. Jetzt könnte man sagen, oh mein Gott, Gott sei Dank hat der österreichische ADAC, ich blende euch ein, wie er wirklich heißt, noch eine Übergangsregelung geschaffen. Das heißt, alle, die vor dem 1. Dezember 2023 so ein Fahrzeug hatten, können die nächsten 9 Jahre immer noch mit Vignette fahren, aber danach nicht. Und alle, die nach dem 1. Dezember gekauft haben, tut uns leid, ihr müsst jetzt leider diese Mautbox machen. Und das bedeutet für euch, einfach mal so eine Beispielrechnung, von Österreich nach Kroatien oder von Deutschland nach Kroatien, quer durch Österreich, kostet euch zukünftig statt die 11 Euro Mautgebühren, leider Gottes fast 100 Euro. Das ist eine Hausnummer, aber so ist das nun mal, es ändern sich immer wieder Gesetze. Und das ist einer, die uns wahrscheinlich am meisten gerade aufregen. Auf der CMT wollten wir eigentlich Elektrofahrzeuge mal abfilmen. Was gibt es da neu auf dem Markt? Wir waren völlig irritiert. Das eine, was wir euch angekündigt haben, im Messeabdass, das Iridium, wir blenden es euch gerade ein, war gar nicht auf der Messe zu finden. Also scheinbar sind sie gar nicht fertig geworden. Warum auch immer, wir konnten sie nicht sehen. Und sonst gibt es weiterhin keinen vernünftigen Van-Ausbauer, Kastenwagengröße auf E-Basis. Also kein E-Ducato, kein E-Transit haben wir nicht gefunden. Und wir würden auch sagen, der Markt ist immer noch nicht so weit. Schade, schade, schade. Wir hätten es gerne mal gesehen. Im Bulli-Bereich, wie gesagt, wir zeigen euch hier ein E-Fahrzeug, was ihr in Halle 3 sehen könnt. Also eine alte Zitrönen-Basis, in den Bereichen, ja, da gibt es das. Aber Kastenwagen, Wohnmobilbereich, leider immer noch keine E-Fahrzeuge. Dann gab es noch Fragen, die haben uns selber überrascht. Aber wir gehen einfach mal kurz darauf an. Wann gibt es denn Innovationen, vernünftige Sanitärräume im Wohnungs? Zum Beispiel mit einem Bidet. Die meisten Händler haben einen angeschaut und gefragt, hast du nicht alle Latten am Zaun? So schlimm war es nicht, aber die haben wirklich ganz komisch geguckt. Nein, selbst in Morelos, in solchen ganz teuren Fahrzeugen, gibt es teilweise sowas definitiv auch nicht. Aber es soll es wohl Aufsätze geben für ganz normale Toiletten, dort eine Art Bidet-Lösung einzubinden. Sonstige Innovationen gab es immer noch nicht viele. Wie gesagt, der Markt entwickelt sich langsam. Das heißt, großartig was verpassen, wenn man sagt, oh, das war die super Innovation. Nein, so weit sind wir definitiv nicht. Weltkonkurrenz war jetzt hier in Stuttgart nicht. Der chinesische Markt, der braucht eh noch ungefähr zwei Jahre, bis sie die Zulassung bekommt. Und dann die Fahrzeuge teilweise kosten über 700.000 Euro. Dann ist das Luxus und keine Sache, die wir brauchen. Das heißt, da gibt es absolut keine Konkurrenz. Und eine Rabattschlacht gibt es weiterhin nicht. Also der Markt ist noch angespannt. Rabattschlachten, auch hier auf der Messe, noch nicht der Fall. Wir waren für euch auf der CMT unterwegs und haben nochmal Stimmung eingefangen. Wie sieht es bei den Händlern aus? Wie fanden sie das erste Wochenende? Immerhin, 70.000 Leute waren am ersten Wochenende schon da, also Besucher. Und das zeigen wir euch jetzt einmal ein Stimmungsbild von Fahrzeughändlern, Zubehörhändlern und auch, wir haben ein befreundetes YouTuber-Pärchen gefragt, wie fanden sie die Messe? Und das zeigen wir euch jetzt. Über 70.000 Gäste am ersten Wochenende auf der CMT. Hammer Ergebnis. Und jetzt sind wir hier bei Hannes Kemper. In diesem Jahr mit Vika Vans, eine brandneue Marke. Und wir dürfen kurz Robert, Geschäftsführer bei Hannes Kemper, ein erstes Resümee erfragen. Hallo. Und das ist natürlich die erste Sache. Wie lief das erste Wochenende für euch als Händler? Das erste Wochenende war schon tatsächlich sehr erfolgreich. Wir haben viele, viele Besucher gehabt, viele Interessenten. Und gerade auf der CMT in Stuttgart, wie immer, sehr fachkundiges Publikum, die sehr großes Interesse haben. Und das macht für uns dann natürlich auch immer mehr Spaß. Genau, ihr seid ja letztes Jahr auf der CMT gestartet. Da muss man die Frage einfach stellen, was bedeutet euch die CMT? Genau, letztes Jahr der erste Auftritt auf der CMT. Und jetzt schon eins der Top-Events im Jahr für uns, wo wir auf jeden Fall auch in Zukunft immer wieder dabei sein werden, weil es mit Düsseldorf gemeinsam tatsächlich auch für uns die beiden Top-Events sind. Ja, und dann ist natürlich immer vor der Messe, ist nach der Messe. Wir haben nur noch drei Tage. Dann ist die Messe vorbei und dann ist natürlich die Frage, ja, wo wird man euch als nächstes sehen? Natürlich an euren ganzen Stationen, Deutschland, weit und in Österreich. Aber es ist ja die Frage, wo seid ihr dann als nächstes? Ja, also genau wie du richtig gesagt hast, wir sind an den Stationen natürlich immer da, für Probefahrten, für Besichtigungen und so weiter. Aber Messen selbstverständlich gehören zum Geschäft dazu, auch bei uns. Wir sind als nächstes auf der ABF in Hannover. Wir sind dieses Jahr in Nürnberg auf der Freizeit- und Caravanning-Messe, genauso wie in Berlin. Und dann kommt natürlich auch schon fast Düsseldorf. Ihr habt also ein strammes Pensum mit coolen Fahrzeugen. Sie sind selber schuld, Sie produzieren ja diese Fahrzeuge. Würden Sie Schrott produzieren, hätten Sie nicht so viel zu tun. Also selbstgemachtes Leid, muss ich sagen. Es ist aber, glaube ich, kein Leid, oder? Das machen wir gerne. Vielen Dank, Robert, und wir wünschen euch noch eine schöne Messezeit. Dankeschön. So, wir sind jetzt hier in Halle 7 bei Perfect Van, bei Annette. Wie sah das erste Wochenende aus? Welche Erlebnisse hattest du hier? Gute Geschäfte? Was kannst du berichten vom ersten Wochenende hier auf der CMT? Ich bin total begeistert und überwältigt von der Resonanz. Also wir sind wirklich gut besucht worden. Und die Leute sind sehr informiert hier. Also sie kommen schon her und wissen genau, was sie erwartet eigentlich und haben noch Fragen. Aber ich bin total happy eigentlich mit dem Feedback, das es hier gibt. Ja, und sehr zufrieden bis jetzt. Ja, richtig los ging es ja beim Caravansalon. Jetzt haben wir die CMT. Gibt es denn auch schon zu den beiden Messen Neuerungen, was es neu auf dem Markt geben wird? Ja, gibt es in der Tat. Also aufgrund des Caravansalons gab es schon sehr viel Rückmeldung bezüglich der Banktoiletten und Rückfragen vor allem, ob es da eine Lösung gibt. Und da sind wir jetzt gerade dran. Also die Banktoilettenlösung wird jetzt umgesetzt auf Ende Januar und dann werden die Testeinbauten erfolgen und dann können wir da auch in Serie gehen. Und dann haben wir natürlich im laufenden Prozess noch etliche Optimierungen, Verbesserungen gemacht, aufgrund der vielen Rückmeldungen, die wir von den ersten Kunden bekommen haben. Weil wenn man so ein neues Produkt auf den Markt bringt, muss man ja schon gucken, man denkt sich viel im Kopf und überlegt und versucht alle Eventualitäten abzudecken. Aber manchmal ist es dann halt so, dass der eine oder andere Ausbauer dann doch nochmal was ganz anderes macht. Und da sind wir dann eben auch im Detail nochmal spezifisch in Kleinigkeiten nochmal in der Optimierung tätig gewesen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr Ideen habt, die Annette umsetzen soll, dann kommt bis Sonntag noch hier in Halle 7 Stand F13. Freut sich über jeden Tipp, den sie kriegen kann und ich würde sagen, noch eine Idee dazu. Und wir werden hier bald nicht mehr stehen können, weil der Stand viel zu klein ist, weil wir noch viel, viel größere. Weil ich glaube, da sind noch viele Ideen im Köpfchen drin. Ja, da sind noch ganz viele im Kopf. Man muss nur eine nach dem anderen abarbeiten, aber da sind noch einige im Kopf. Ich bin jetzt erstmal froh, dass wir den Stand noch bekommen haben. Das war auch nicht so einfach. Und ich hoffe, nächstes Jahr können wir dann vielleicht ein bisschen einen größeren machen, weil es platzt ja schon aus den Nähten. Das stimmt schon. Auf jeden Fall, wir wünschen viel Erfolg für die restliche Messe und freuen uns, dass du ein richtig tolles Produkt auf den Markt gebracht hast. Dankeschön. So, wir gehen weiter in unsere Fragerunde. Wie geht es um die Messe? So ein Fazit vom ersten Messewochenende. Und wir wollen natürlich nicht nur Händler fragen, sondern auch gerne YouTuber-Kollegen. Und da haben wir uns zwei ganz süße rausgesucht. Die vagabunden YouTuber, die doch... Vagabunden die Camper. Vagabunden die Camper, mein Gott. Das lassen wir drin, weil wir schneiden nichts. Frage ist natürlich, euer Messe-Highlight oder überhaupt allgemein das Highlight von dem letzten Wochenende. Ja, wir sehen, das ist das zweite Mal da. Und ich muss ehrlicherweise sagen, die Messe gefällt mir sehr, sehr gut, weil die sorgen sich hier tatsächlich um die Leute, die hier Filme drehen. Also man hat sehr, sehr kurze Wege. Der Parkplatz hier ist gut ausgestattet. Wir haben Strom. Ich fühle mich hier wohl. Im Messezentrum gibt es einen leckeren Kaffee und auch mal einen Snack. Also das ist toll. Und die Messe, unfassbar groß dieses Jahr. Also wir haben sehr, sehr viel gesehen. Ich könnte jetzt kein direktes Highlight raussuchen, weil da gibt es viel, wirklich viel zu sehen. Aber ich habe einige Wohnwagen zum Beispiel gesehen. Hobby, der so groß war. Eine kleine Tür. Und dann bin ich durch diese kleine Tür gegangen und dahinter war nochmal ein Riesenraum mit Betten, mit Duschen, mit allem drum und dran. Also das war zum Beispiel eine so eine Geschichte, die mich überrascht hat. Und natürlich, dass wir euch getroffen haben und dann noch eine ganze Menge anderer YouTuber. War schön. Also hier sich zu treffen, das ist ein Highlight für dieses Jahr gewesen, auf jeden Fall. Das heißt, du hast den Wohnwagen gefunden, wo Hermines Ausdehnungszauber dran ist. Also ich kenne zwar Hermines Ausdehnungszauber nicht, aber ich behaupte mal, das kann sein. Du gehst neben dem Bett, ist eine Tür. Normalerweise ist hinter dieser Tür ein kleines Badezimmer. Aber wenn du durch diese Tür gehst, dann öffnet sich ein Riesenraum mit zwei Kinderbetten, mit einer eigenen Dusche, mit einer eigenen Toilette und mit einem Waschtisch und sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Also müsst ihr mal beim Hobby vorbeigucken, das lohnt sich definitiv. Hobby in Halle 5 mit tollen Leuten, die die Türen bewachen, können wir euch auch sagen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir Stefan gefragt, Sabine, dein Highlight auf dieser Messe? Tatsächlich ein Van, Vanlife hieß der, ne? Von Weinsberg. Von Weinsberg, genau. Der hatte eine Dusche, die unten im Boden eingelassen ist, die man tatsächlich oben einhakt und dann duschen kann, mitten in diesem Van drin. Klasse, habe ich noch nie gesehen. Ihr habt gesagt, das gab es schon in Düsseldorf. Wir haben es hier heute zum ersten Mal gesehen. Also davon bin ich total begeistert. Da könnt ihr einfach mal nachgoogeln. Wir werden euch jetzt einbilden, wie der Wagen heißt. Wir sagen vielen Dank, dass wir mal eure Meinung zur CMT hören konnten. Und jetzt schalten wir zurück im Studio, wo wir einfach mal beenden, was wir hier irgendwann mal angefangen haben. Am ersten Wochenende hier auf der CMT, sprich am Samstag, hat etwas ganz, ganz Besonderes stattgefunden. Campfire der Ideen. Eine grandiose Idee von Markus von Pan4Van und Olli und Ela von VanRiding. Die haben diese Idee zusammengepackt, haben mit der Messe Stuttgart ein tolles Rahmenprogramm mitgeschaffen, so dass wir eine ganz, ganz tolle Höhle der Löwenschuh erleben konnten. Wir werden euch jetzt ein paar Ausschnitte davon zeigen und im Nachgang noch ein paar Interviews, weil ihr solltet ja auch ein bisschen was erleben, was ihr eigentlich verpasst habt. Und danach sagen wir euch nochmal kurz, was eigentlich, nein sagen wir gar nicht, weil mir fällt gerade ein, Stefan hat es euch erzählt. Also schaut mal rein, was ist Campfire der Ideen und was ist Horst und wer hat gewonnen? Schönen Sie sich vor, auf einen tobelen Applaus für unsere Gastgeber und die Erfinder des Campfire der Ideen, Ego Thornik von Pan4Van zusammen mit Markus von Fan4Van. So ist es, Campfire der Ideen. So ist es, Campfire der Ideen. So, wir haben jetzt hier den Gewinner Fabian von Campfire der Ideen. Ja, du bist im Prinzip angetreten mit einer, ja einer coolen Idee. Du hast ein, ich sag mal, Lagerfeuer, einen Grill und du hast auch noch einen Ofen dabei, den man sowohl mit Holz betreiben kann, als auch auf einem Gasgrill oder auf einem vielleicht, beziehungsweise auf einem Gaskocher sozusagen. Und ja, als erstes erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich. Schönen Dank. Schönen Dank. Und ja, wir stellen ihm doch jetzt einfach mal die Frage, weil dein Gerät heißt ja Horst. Und jetzt wollen wir einfach mal wissen, warum heißt das Gerät eigentlich Horst? Ja, tatsächlich gibt es da gar keinen direkten Hintergrund. Eigentlich fanden wir den Namen irgendwie lustig und irgendwie passend. Und ja, seitdem ist es Horst der Camping Backofen oder halt auch Grill. Also sozusagen keine Geschichte, die jetzt vielleicht irgendwie mal beim Abend beim netten Wein oder sowas entstanden ist oder so? Nein, nein, das war einfach nur so, es war eine Idee von uns und ja, irgendwie fanden wir alle den Namen passend. Und bisher ist das Feedback zu dem Namen auch eher sehr gut und ja, irgendwo ein bisschen lustig und locker und so soll es auch sein. Cool. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir bleiben an dir auf jeden Fall dran und wollen natürlich auch in Zukunft mal schauen, was sich so im Prinzip damit entwickelt. Wir gratulieren dir nochmal und vor allen Dingen wünschen wir dir für die Zukunft alles, alles Gute. Schönen Dank. Vielen Dank. So, jetzt haben wir den Jury oder das Jury-Mitglied von Campfire der Ideen, Timo von Stiel.de. Das muss dazu hören. Einfachen Timo gibt es nicht. Es ist nur Timo von Stiel.de. Du warst jetzt Mitglied dieser Jury, wolltest eigentlich ein eigenes Produkt einbringen, wolltest ja gar nicht mitmachen. Jetzt ist aber die Frage, bist du mit dem Sieger zufrieden und was sagst du den anderen beiden? Sehr zufrieden, auf jeden Fall, genau. Einmal natürlich, weil ich selber ja Metallprodukte mache, da war das Herz schon mal schloss. Ich habe da schon, die Tendenz ging dahin, dann natürlich die Funktion, weil ich selber natürlich auch viel koche im Van und so weiter, deswegen fand ich das cool. Und ja, zu den anderen Teilnehmern muss man sagen, beides natürlich tolle Ideen, aber sicherlich noch ausbaufähig einfach. Also ich sage mal, daraus ein Massenprodukt zu machen oder halt ein Produkt, was in der Camper-Szene wirklich Anklang findet, wo die Leute sagen, ja, das brauche ich an meinem Fahrzeug, da muss es halt noch einen Schritt weiter gehen. Und dann, das konntet ihr nicht sehen, weil ihr wart nicht da, ihr habt die beste Show verpasst, du hast auch etwas vorgestellt, wir saßen weit hinten, wir konnten nicht wirklich erkennen, was es sein soll. Also, was bringst du oder planst du 2024 auf den Markt zu bringen? Genau, bei uns ist es immer in letzter Zeit, wenn wir weitere Reisen gemacht haben, war das Thema Wasser für uns immer so ein Thema, was uns tatsächlich begrenzt hat. Und man saß abends unter der Markise, es regnete und ich sage, das ist das schönste Wasser, also Regenwasser ist wirklich sauber. Das wird in sehr vielen Ländern wirklich verwendet als Trinkwasser, direkt ohne weitere Filterung. Wir in Deutschland sind natürlich alle ein bisschen vorsichtiger, wir würden natürlich schon noch mit Filterung arbeiten, aber es geht darum, mit der Markise Regenwasser aufzufangen. Entweder in Kanistern oder über ein Filtersystem direkt in den Tank wieder zu leiten. Also, das klingt sehr interessant. Jetzt brauchst du nur noch eine Schneeschmelze, weil ihr wart ja in Norwegen, man hat das ja gesehen, man hat einen neidisch, ah ne, ihr habt uns nicht neidisch gemacht, weil wir waren ja selber da, dementsprechend ging das nicht. Irgendwas mal geplant, dass auch mal Schnee machen können oder sagt ihr, okay, den Schnee müsst ihr dann auf die Markise werfen? Kannst du auch gerne machen, genau. Nee, aktuell noch nicht, weil ich, also wenn du Schnee schmelzen willst, dann machst du den Topf voll, legst ihn auf dein Gasherd und dann geht's los. Aber gut. Oder ihr packt es einfach in den Backofen und mit einer Schüssel, dann habt ihr es gleich richtig. Also das ist wunderbar, tolle Idee. Danke Timo und wenn ihr mehr Informationen haben wollt, geht ihr einfach auf die Adresse steel.de und da bekommt ihr sehr, sehr viele Produkte, die richtig cool sind. Dankeschön. So, jetzt haben wir 66,6% der Verrückten, die diese Idee hatten hier zum Interview, Kämpfer der Ideen. Die Frage, die wir uns gestellt haben, wie viel Schnaps oder wie kurz muss die Nacht gewesen sein, um auf solch eine grandiose Idee zu kommen? Wer möchte antworten? Also Schnaps tatsächlich echt gar nicht. Schnapp total nicht drin. Ach doch, nee, einer. Einer war schon dabei, einer. Aber nicht mehr. Die Nächte für die Idee waren kurz, weil die Idee war schnell geboren eigentlich. Die Vorbereitung, die hat dann doch Wertzeit in Anspruch genommen, das muss man sagen. Genau, ihr habt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, so im November, so habe ich es so richtig erst zur Kenntnis genommen, dass es da irgendeine tolle Idee gibt, Kämpfer der Ideen. Jetzt haben wir Januar, das sind für mich zwei Monate. Wie viel Schlaf hast du in den letzten zwei Monaten denn bekommen? Ist es eine oder waren es zwei Stunden? Eineinhalb. Anderthalb Stunden. Es war viel Arbeit. Also wir hatten tatsächlich es so nicht gedacht, dass es so wird. Es war wirklich so, dass wir von maximal fünf bis zehn Ideen ausgegangen sind. Und es hat uns dann tatsächlich überrollt, weil die Leute wirklich so viel Tolles eingereicht hatten, was wir nicht erwartet haben und uns dann wirklich auch so ein bisschen hinten raus die Zeit ausgegangen ist. Wir haben ein bisschen später gestartet, lag aber alles an der Vorbereitung und an der Organisation, dass wir das auch alles mit der CMT tatsächlich machen dürfen. Ja, und das war halt einfach auch der Zeit geschuldet. Es war Weihnachten, jeder war dann so ein bisschen auch abgelenkt und mit Familien beschäftigt und so weiter. Und das hat uns halt alles ein bisschen, ja, ein bisschen Zeit gekostet. Und ihr habt es ja schon so angekündigt, auf den Kämpfer der Ideen, wenn ihr es verpasst habt, ihr habt eine geile Show verpasst. Also ist natürlich dann die Frage, geht es weiter, wird es eine zweite Folge, einen zweiten Teil, eine zweite Staffel geben? Wir sind jetzt erst wangelaufen. Also so gesehen, wenn wir die Unterstützung haben, auf jeden Fall. Also wenn ihr Ideen habt, es lohnt sich weiter zu tüfteln. Ihr habt jetzt ungefähr, ich behaupte jetzt, ihr habt einfach sechs Monate Zeit zu tüfteln und halt richtig geile Ideen rauszubringen. Und dann müsst ihr halt euch an Kämpfer die Ideen, die Jury ist hart, das habt ihr schon mitbekommen. Also ihr müsst tolle Ideen haben. Hättet ihr selber eine Idee einreichen können oder seid ihr froh, dass ihr nur die Idee zu dieser Idee hattet? Also wir hätten sicher auch eine Idee gehabt, die hätten wir einreichen können. Aber wir fanden einfach den Gedanken, cool und so wurde die Idee ja mal geboren. Man hat viele Leute, die tüfteln, die haben echt geile Ideen, aber die haben nicht diese Plattform, um Reichweite zu kriegen. Weil ich meine, wenn einer irgendwie eine super Erfindung hat oder so, ich meine, auf eine Messe zu gehen, Messestand, das kostet alles Geld. Und deswegen wollten wir ja diese Plattform machen. Und da schrauben wir natürlich zurück. Wir kriegen das auch irgendwie anders noch hin. Aber wir wollten halt die ganzen Leute unterstützen, ihnen eine Plattform geben, mit der Industrie zusammenbringen. Deswegen jetzt auch hier die Aftershow-Party, dass sie einfach sich connecten können und ihre Idee vorwärts bringen können. Und sie dabei einfach unterstützen. Das war das Ziel. Und deswegen haben wir unsere Idee natürlich nicht eingereist. Auf jeden Fall muss man sagen, ein ganz großes Dank geht auch hier an die CMT. Das macht nicht jede Messe mit. Die meisten würden sagen, tolle Sache, hier die CMT. Und wir sind gespannt, wo es dann sein wird. Ihr wisst es wahrscheinlich nicht, wo der Stand sein wird für den Gewinner. Das heißt, das ist die große Überraschung. Wir sagen danke. Das war eine richtig coole Show. Tolle Idee. Und wir freuen uns, wenn es 2025 eine zweite Auflage von Campfire der Ideen geht. Und falls ihr den Kanal so, das unten eingeblendet. Also da geht ihr auch mal drauf und gebt ein Like. Danke euch. Danke dir. Für uns geht eine wunderbare Messe vorbei. Viel Visat Innovation gab es nicht. Deshalb nicht weitere Informationen im Camper Update. Aber wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was mitbringen, mitzeigen. Wir freuen uns, nächsten Monat gibt es ein neues Camper Update. Und da könnt ihr euch auch freuen. Das einordnete Interview haben wir noch geführt. Das werdet ihr dann sehen. Und solange bleibt uns einfach gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.